nix aus findet man aber jetzt so salz findet man gar nicht ich will habe einfach meinen döner machen ich könnte mal kurz schauen ja guck mal im net habt ihr kurz stand mit leute gebe ich mal ein main minecraft food plus salt places oder sowas place places findet man das sound of salt block wo steht das irgendwo lesen salt kann man hier suchen nach salt salt look more like salt instead of the shopa look it kind of looks like nee hier findet man nix klasse place for the salt loggen fotos findet man jetzt auch nix so schnell blog die sind sauweiß die salz blöcke deshalb habe ich ja gedacht wo man das marble gefunden haben das ist einer aber ist ja nicht so wo finden die das hier das sieht nirgendwo danach zeigt einem jetzt nichts an hier wie das finden sieht irgendwie bisschen aus wie tropikraft aber dann auch irgendwie wieder nicht salt keine ahnung müssen selber schauen wahrscheinlich aber ich finde nix saltiges gerade wenn man salz braucht findet man das nicht hier ist auch nix ist alles nur sand das haben wir da sind das verursacht wird wieder dieses aluminium ohr sein salt block ist die frage ob man auch blöcke findet oder man sich die einzelnen zusammensuchen muss die salz das ist wieder marble hier war ich schon mal in der gegend das kommt mir bekannt vor das hinten wird auch marble sein genauso glaube ich ja alles marble 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 ist da unten auch marble ja ne marble jawohl ne du ne du habe ich gesagt nix salz findet man nicht wüsste ich jetzt nicht wo das ist ja doof das gibt es ja nicht dass man da nicht mal was in dem wiki findet oder so minecraft wozu werken ein fein salt muss es doch was was doch was anzeigen salt can get but if salt block food plus receives na gut vielleicht steht es da ja irgendwo drin in dem mod an sich das ist schon wieder ein anderer mod den sie gibt food plus find jetzt nix das ist ja das dumme jetzt ich will es auch nicht ewig hier suchen so während ich hier mit am aufnehmen bin was ist das ach clay das ist wieder das ist wieder lehm das was wir im moment nicht haben wollen eigentlich das kupfer hier ist auch kein salzblock mensch du verkacktes arschlochvieh arschkopfgesicht hier ich glaube hier in diesem komischen biome wird es das nicht geben hier sind abartig riesige baum ja also machen wir erst noch was anderes zu essen es gibt ja noch genügend anderes müssen wir halt auf dem kebab erst mal verzichten wer denn schon noch kriegen irgendwann irgendwie finden wir schon mal aua was verreck ich jetzt hier ach so ich habe nix mehr zu essen ich sollte heimfliegen jetzt sowieso ist jetzt ein hamburger ne was ist denn da unten weiß ist es das salz ne das wird bestimmt sand sand natürlich ist es sand kann ich auch denken dass es was anderes ist ach hier war gerade so ein quilly quali da und so in eins wollte ich mich auch mal verwandeln so oh so jetzt bin ich hier so eine qualle kann ich mal ein bisschen rumschwimmen auf dem meeresboden und mal schauen ob wir da irgendwo was finden was ist das clay clay nee das sind überall so bärenbüsche oh was krabbelt denn hier unten rum was ist denn das ach das sind so kleine jetzt habe ich mich in so eine kleine krabbe verwandelt oder was das ist ziemlich weit unten auf dem meeresboden sind ach nautilos heißen die genau jetzt verwandle ich mich mal wieder in den squid er schwimmt nämlich bisschen schneller habe ich das gefühl gibt es hier unten jetzt irgendwie clay salz vielleicht wissen ja da die leute irgendwas die leute müssen es wissen die müssen es wissen vielleicht gibt es ja hier noch unten was was oh das gedonnert ja hier gewittert irgendwie dirt schüssel 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 dirt aber nix salt kann mein kann meine nase mal aufhören kann die nicht einfach mal wieder frei werden es gibt nix sortiges abbaut ja das ist marmor das ist kein kein salz damit ja eigentlich gar nichts zu tun was ist das hier ich weiß es auch nicht aluminium ohr snowbell aluminium ohr karotten ach das sind wild karotten silber die chocolate cakes was ne wow au arschloch wow au jetzt haben wir ihn hier noch hier haben wir nicht zufällig irgendwas drin was dem salz entsprechen könnte ich glaube nicht schade eigentlich sind das auch wohl wir haben noch nix gefunden ach ich könnte mal in unser altes heim schauen ob wir da noch irgendwas wichtiges drin haben reis möglich ist jetzt schon eine weile unterwegs ne hat den 1 1 schmeißt jetzt weg nehmen die diamanten hier mit ha was haben wir hier marble limestone hier haben wir auch paar samen vitri 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 natura wir haben sie plenty oh hier ist ein zombie spawner äh ein skelettspawner drin mit kisten straber ist dann schon gefunden aha cool aua nicht alle auf einmal gibt's auch die fresse hier nix wichtiges da ist auch nix wichtiges drin was habe ich hier drin whine stone subtle dragon egg whine stone diamond horse armor was ist denn hier plus strawberry tomato stencil dragon egg dragon egg white stone name tag dragon egg kann man die dragon eggs stacken ja so die dragon eggs weiß tue ich jetzt mal rein ich nehme jetzt die dracheneier mit da habe ich hier einen so eine verkackte beere die lasse ich jetzt hier wow da habe ich verrottetes fleisch das lasse ich auch hier meines delight was ist denn das nicht jetzt wow die komischsten bin ich ein elektrisierter creeper coffee bean food plus geil so was haben wir hier noch so ich will aber mal das 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 ach ich wollte wieder selbst sein geben ach das schmeiße ich jetzt hier weg spinnenfäden tue ich jetzt weg vorab die drei pfeile tue ich jetzt weg so white stone white stone white stone stehen hier überall Pfützen vom Regen hey warte das scheißweiß ist nicht weg warte die tomaten aber da haben wir einige sachen der erste dungeon den wir hier gefunden haben cool mhm geil wow kiefer die Eimer mit milch tue ich mal in die obere kiste rein komm creepy 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 komm das sind eher zutaten genau wie die empty bamboos bamboos die Eier sind eigentlich auch eher zutaten coconut chunk aber ein creeper ein creeper ein creeper mit einem handschuh als head header ne header 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 boah jetzt wollen sie alle hier in unsere hütte rein mit dem head mit dem head scheiße so schon wieder irgendjemand hier zurück verwandeln also salz ja ich finde auch keins findet man einfach nicht hier ist noch ein spawner sag mal gibt es das mit zombies ne crisps was sind das chips oder was cooked chips und aus raw chips und wie macht man sich auch potato wir brauchen kartoffeln haben wir auch noch nicht ach das ist ein schweiz an zombie sport ist borne aber da steht schweiz und slush machen ice chunk ice trailer jetzt muss ich noch ein eisbelder machen einmal wasser und drei glas so was haben wir hier drin so einmal wasser haben wir ja ein miniaturherz ein pferde haben wir glas safarinet single use dragon egg glas direkt ach man was lass ich denn hier was lass ich denn hier weiß nicht brauchen wir es sagen was direkt haben keins sattel boah ey die höhle das ist die frage ein hafen spawner drin und sind drei toast drin da ist noch ein bisschen gekochtes fleisch ach ich lass jetzt milch hier und mehl lass ich auch ich mach mir grad mal brot mach das herz mach mir grad mal so ein glas trader sonst eiswürfel machen können das safari net single use keine ahnung was das ist ich fress jetzt mal so lassen wir es einfach mal brennen das dann durch mit dem einmal wasser hier her mit dem glas so ach machen wir es nicht so ach muss ich wahrscheinlich hier bei food plus machen was ist denn safari net mine factory reloaded braucht man doch gar nicht oder ich lass es jetzt mal hier ähm das safari net damit kannst du wohl irgendwie äh Tiere fangen und mitnehmen sozusagen soweit ich weiß soweit ich weiß okay so jetzt haben wir einen also ich werde hier mal ähm waypoint setzen ich kann mir nicht vorstellen dass das hier der einzigste Spawner war was gibt's freezing wie kann man jetzt hier was freezen wäffel 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 refrigerator ich glaub wir brauchen den einen schneeballhammer einen eimer haben wir dann brauchen wir so komische hey sorry für das rumschneifen aber ich kann nicht alles ich krieg echt kaum noch luft hier ach macht doch nix small cobblestone bricks cobblestone kann man hier ich bin im haus drin ich bin im haus ich hole mal cobblestone stein cobblestone nehme ich mal die 64er mit ey kommst du mit so aluminium so dann brauchen wir ein bisschen schnee also ich finde alles außer schnee so wie war das ein eimer schnee und ringsrum cobblestone oder wie funktioniert nicht ist doch scheiße so umgedreht aluminium ne ich finde wirklich alles außer salz hm ok und luft aber cobblestone uns doch gerade angezeigt gehabt ey das ist so abartig riesige höhle geht er gar nicht ja okay kann ich eh nicht mitnehmen die cobblestone die cobblestone sagst du das ganze mal an cobblestone 4 so viel von redstone bis gold ach scheiß die wand an lapis cobblestone 4 eimer und snowball und noch mehr diamanten na gut ist doch snowball 3 3 2 mit shaped crafting